Ja, wie gut, Freunde, in deinem Service in Graswil, LMG Graswil, mein Traktor, der 4.000-Stunden-Service. Wir haben alle Öle rausgelassen, neu eingefüllt, Filter gewechselt vorher. Und jetzt sind da noch so Details wie Blinker, Blinklicht, was da, hopperla, was da krumm war. Wir müssen verschiedene Sachen wieder einstellen, verbessern, richten. Rausgelassen habe ich 10 Liter Motorenöl, zwischen 40 und 50 Liter Hydrauliköl, eingebüllt 55. Triebe Öl, 30 Liter, Brennungsöl je, beide Brennungszeiten je 1 Liter geschätzt. Die Wichtel führt ja auch das Öl, der Ritzel in der Vorderachse, plus Vorderachseöl. So, halb sechs. Wir bauen alles in Feierabend.